Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen blauen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 101 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.